Es gibt ein Zitat von einem Burns, der sagt, der Blues war ja nicht die Beschreibung, dass man in der Scheiße saß, sondern aus der Scheiße rauszukommen. Das war vielleicht auch der Anlass, warum mich die Musik so fasziniert hat. Musik 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 Die Musik, wenn die ehrenwert gespielt wird, ist durchaus in der Lage zu vermitteln. Das versuche ich. Und das ist eigentlich der einzige politische, in Anführungszeichen, Auftrag, der übrig geblieben ist. Musik 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 Musik